Die Tobias-Schule in Camemberton und wahrscheinlich das innovativste Schulprojekt des letzten Jahrzehnts. Dass das als Musterschule gilt und in einigen Jahren dieses Konzept vervielfältigt wird. Wo? Auf der ganzen Welt. Super. Ich bin die Debbie. Was machst du? Ich bin die Lehrerin in der B2 in der Tobias-Schule. Super. Was ist dein Traum? Mein Traum ist, dass alle super mit der Natur umgehen und die Kinder so lernen können wie da in der Schule. Am 15. Jänner findet ein Tag der offenen Tür statt mit einem ganz speziellen Programm. Hoffentlich ist es kalt und der Schnee liegt. Es gibt Lagerfeuer mit Brotbacken und Spielen im Freien und Trinken. Das ist die ganze frohe Geschichte.